Toter bei Wohnhausbrand. In den frühen Morgenstunden ist ein Bauernhaus in Gornsdorf im Erzgebirge in Brand geraten. Polizeibeamte fanden wenig später eine Leiche. Derzeit wird überprüft, ob es sich dabei um einen 75 Jahre alten Hausbewohner handelt. Die Brandursache ist noch unklar. Das etwa 100 Jahre alte Haus ist nicht mehr bewohnbar.